yo was geht ab leute und zwar willkommen zu einem neuen video von mir und zwar soll es heute so ein kleines jahr fashion pack opening sein denn farid bang hat seine neue kollektion von helen money rausgehauen bzw so ein neuer drop ich habe mir diesen trainingsanzug bestellt ich habe schon ja aus dem karton ausgepackt der rest ist auf jeden fall noch eingepackt so hier das ganze noch eingepackt größe l das könnt ihr jetzt vielleicht nicht erkennen die verpackung hellermannia verpackung hellermannia an sich die marke finde ich geil ist jetzt nicht so wie attacke qualitätsmäßig also geil geiler stoff brutal ja 100 euro kostet ganze ich habe mir eigentlich noch das passende t-shirt dazu gestellt aber das war dann irgendwie nicht lieferbar hier noch einen streifen jeweils an den seiten der stoff genäht ja ansonsten geil also mich überrascht auf jeden fall der stoff bis leck alter total ich hätte ich jetzt so nicht erwartet hätte ich schon ein bisschen schlechtere qualität so von erwartet das gleiche auch hier der hose hellermannia so kommt das ganze an da könnte die farid ruhig ein bisschen unterstützen die hose ist auch heftig also das hat sich auf jeden fall mal gelohnt finde ich geil ist auf jeden fall nicht so wie attacke und deus maximus von kollega und farid da finde ich die hellern meine kollektion schon deutlich besser also deutlich da kommen echt geile sachen also hier die hose die bändel in schwarz ja so sind ein bisschen länger aber der stoff überrascht mich übertrieben ist mal sagen ich ziehe das ganze mal an aber das feste fest sich schon so bequem an ja wie gesagt sie sagt man also leute ich falle den training anzug ich feiere den trainings anzug hier steht noch mal hellermannia ist also ist echt gelungen ist geil an der qualität kann man diesmal echt nicht rum mehr kann total also ich weiß nicht ob man das so gut sieht jetzt im video ist natürlich ein bisschen schlecht aber feiere ich also das ist auf jeden fall mal ein gelungener einkauf gewesen da kann man echt nicht meckern haben sich die 100 euro auf jeden fall gelohnt wie gesagt eigentlich habe ich noch das t-shirt bestellt gehabt ich weiß nicht was da los ist an der shop an farid keine ahnung dieses t-shirt mit dem money aufdruck in blau eine kleine farbkombination wie der anzug er ist irgendwie nicht lieferbar dann kam eine e mail nach nachdem ich bestellt hatte nach einer woche kam eine e mail von der shop ob das nicht lieferbar sei aufgrund von qualitätskontrolle oder leider nicht mehr lieferbar ist naja die anderen farben sind irgendwie lieferbar vielleicht war es auch ausverkauft ich weiß es nicht schade ich hätte auf jeden fall gern eins gehabt jo das war es eigentlich auch schon mit dem video geiler trainingsanzug feierlich hat sich auf jeden fall gelohnt und jo da würde ich sagen peace und bis zum nächsten video bis zum nächsten video